Warum du niemals das Glaube-ich-nicht oder das Geht-nicht sagen solltest? Mit der Änderung meines Gefühls und des Sprachgebrauchs über Dinge, mit denen ich nicht übereinstimmte und die ich nicht fassen konnte, verlangte ich aus heutiger Sicht extrem meine persönliche Entwicklung. Als ich mein Gefühl und meinen Sprachgebrauch anpasste, erfuhr ich extrem positive Entwicklungen in allen Bereichen. Du erfährst, wie das Glaube-ich-nicht und das Geht-nicht ersetzen kannst und welche positiven Auswirkungen du für dich in deinem Leben erwarten kannst. Leben in lebendigen Beziehungen. Zu dir, zu anderen, zur Natur. Spüre die Wechselwirkung von Natürlichkeit, Gesundheit und Lebensfreude. Lebe dein allerbestes Sein. Lebe das. Zu schnell sagen wir im Alltag, wenn wir mit einer Person ein Gespräch führen, vielleicht sogar ein Streitgespräch oder wenn wir irgendetwas hören. Das glaube ich nicht. Das geht nicht. Das Problem ist, dass diese Worte negativ sind und wie eine Barriere in uns aufgebaut werden, aber auch für die Information im Raum. Wir wissen aus der Quantenphysik, dass ein Teil der Information im Raum ist, im Universum und wir darauf Zugriff haben und dass ein Teil der Information in uns ist. Und diese ganzen Informationen, die arbeiten miteinander zusammen. Sage ich jetzt, da glaube ich nicht, das geht nicht, dann baue ich da wie eine Sperre ein. Wenn ich aber stattdessen sage, das kann ich mir mit mehreren derzeitigen Wissen oder mit meinen derzeitigen zu verfügbaren Ressourcen nicht vorstellen, in kurz vielleicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dann ist das wie eine Öffnung dafür, dass man bereit ist, auch weitere Informationen zu empfangen, um sich das Ganze vielleicht doch vorzustellen können, um sich das Ganze doch vorstellen zu können. Oder aber auch gleichzeitig vielleicht mehr Informationen zu bekommen, dass das Ganze wirklich nicht notwendig ist, möglich ist, aber wir gleichzeitig Informationen bekommen, wie das vielleicht einen anderen Weg gibt, dass etwas doch möglich ist oder es einen besseren Weg gibt. Der Punkt ist hier, dass das eine eine negative Einstellung ist, eine negative Energie, das andere eine positive Energie ist. Und je mehr positive Energie wir auf der Welt und in uns umversammeln, desto gesünder und desto glücklicher und desto mehr Lebensfreude haben wir im Leben. Also ab sofort, ich empfehle dir, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Information wird kommen, die du brauchst, auf welchem Wege auch immer, ob sie jemand als Person zu dir trägt oder ob sie dir plötzlich einfällt, ob du plötzlich einen Artikel im Internet liest, der genau das bringt, was du brauchst, um dich weiterzuentwickeln und die Informationen zu finden, die du suchst, um dein weiteres Fortschreiten auf der Erde und deine weitere Entwicklung zu fördern. Mehr Informationen findest du auf lebedass.de Danke, dass du das Video angesehen hast. Wenn du dich angesprochen fühlst, teile oder like es. Gerne kannst du auch unseren Kanal abonnieren. Lebedass kannst du als kostenfreies Portal für dich nutzen. Um unabhängig zu bleiben und noch mehr Wissen weiterzugeben, freuen wir uns, wenn du einen kleineren oder auch größeren Betrag dazu stiftest. Lebe dein allerbestes Sein. Lebe das.